Musik So, weiter geht's. Wir sind hier heute am Stand von Cosplay Flex. Hallo, ich bin der Anni, wer bist denn du? Ich bin die Andrea oder Chachamaru Cosplay und ja, ich bin hier in meinem Hospital und helfe den Cosplayern, die gebrochene Kostüme haben und repariere die halt wieder. Erste Hilfe am Cosplay quasi. Und du bist hier direkt an diesem Stand von Cosplay Flex. Was ist das denn? Cosplay Flex ist ein Thermoplast zum Rüstungsbau, Waffenbau, alles mögliche kann man damit eigentlich machen. Okay, wie funktioniert das denn? Beschreib uns das mal. Wir sind jetzt ein Audio-Podcast, vielleicht kann man beschreiben, was das ist. Also ein Thermoplast ist eine Platte, die durch Hitze, so 80, 90 Grad, weil es Plastik ist, also man braucht einen Heißluftfön, aktiviert wird. Die wird dann wiegsam und sobald sie wieder erkaltet, bleibt sie in der Form, in die man sie gebogen hat. Ihr seid jetzt hier auch Supporter von der Con selbst, also ihr tritt ja dann auch im Zusammenhang mit diesem Cosplay-Wettbewerb auf, der hier war. Ist es richtig, dass ihr Marktführer seid in dem Bereich oder gibt es da auch noch viele andere? Wie läuft das? Also es gibt natürlich auch noch Konkurrenzprodukte wie immer, also das ist ja meistens so. Ein reines Monopol gibt es selten auf der Marktwirtschaft, aber ja, wir sind halt nicht wirklich so viel anders wie andere Produkte, aber wir haben unsere Vorteile. Wir sind immer etwas, also wir sind etwas günstiger als der Konkurrenz sozusagen. Und ja, es ist halt so eine Sache, wer was lieber mag. Es ist so ein bisschen Unterschied und Geschmackssache vom Cosplayer, würde ich sagen. Und wir kriegen es dir gerade vorgeführt mit so einem Föhn, nebenbei föhnt er da das Cosplay-Flex dann eben auch da jetzt irgendwie weich und daraus formt er dann irgendwas. Das kann man auch bemalen, ist das richtig? Genau, also ich bemale das Klassik mit Acrylfarbe und Grundiers mit Holzleim. Gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze mit Gesso, Buchbinderleim, Spray-Paint, also so Auto-Spray-Paint, wie nennt man das? Da wird es mir gerade einfallen. Die Frühspachtel nennt man es. Ah ja, okay, sehr gut. Und du hast gemeint, ihr macht dann die Erste-Hilfe an diesen Erste-Hilfe-Stand. Wie genau heißt der nochmal und was genau hast du zum Beispiel jetzt schon für Erste-Hilfe-Fälle gehabt? Also das Ganze nennt sich Kospital, der Hilfe-Stand. Gestern hatten wir Antec & Titan-Leute da, deren Gier gebrochen ist. Dann haben wir das Gier mit Heißkleber und mit Cosplay-Flex-Pebbles repariert. Wir haben Heißkleber-Fälle gehabt, wo kleine Sachen abgebrochen sind. Alles Mögliche, jeder darf gern zu uns kommen, wir helfen gern. Das ist cool. Wo kann man euch denn noch antreffen? Also gibt es vielleicht noch andere Veranstaltungen, wo ihr ja demnächst mal sein werdet oder irgendwie ein Lokal oder vor allem online? Wie läuft das bei euch? Also wir haben auch einen Online-Prozent, das ist www.cosplayflex.de. Anzutreffen auf Cons ist, glaube ich, als nächstes die Doku-Me, die Roleplay-Convention, Cos & Park als kleineres Treffen. Die FARC, das ist auch eine kleinere Convention im Saarland. Ganz verschiedene Conventions. Steht alles auf unserer Facebook-Seite, glaube ich. Die werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken, da könnt ihr einfach draufklicken und euch einen Eindruck machen vom Cosplay-Flex. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne. Und jetzt machen wir auf jeden Fall noch einen Schnappschuss von dem tollen Cosplay. Danke, ciao. Danke schön. Danke schön. Applaus